Du musst das Geld für dich arbeiten lassen. Deswegen investiere ich auch in Bitcoin. Aber bevor du was falsch ist, denkst, nicht für die ganzen Mitläufer. Ich war von Anfang an dabei. Ich habe da einfach ein gutes Auge für. Zwei Worte. Passives Einkommen. Die ganzen Geringverdiener sind einfach zu blöd dafür. Und wer heute immer noch nicht in Crypto investiert hat... Stundenlang erzählt er von sich. Seine Bitcoins, die interessieren mich nicht. Und er sieht völlig anders aus, als auf seinem Tinder-Bit. Wäre das nicht schön, wenn die Szene sich dreht und mal die Statistin im Mittelpunkt steht. Ich will... Hallo? Bist du noch da? Ja, sorry. Erzähl weiter. Ach egal. Das verstehst du eh nicht. Das ist Männersache. Also ich sag ja immer, es kommt da das richtige Mindset an. Wenn du nicht selbst dran glaubst, dass du ein Gewinner bist, vorher sollen die anderen das dann wissen. Und glaubt mir, ich gebe immer 150 Prozent. Und zwar nicht nur auf der Arbeit. Wenn du verstanden bist, was ich meine. Das ist noch viel zu früh. Du weißt nicht, was dir entgeht. Warum hast du ihm nicht begreift? Ein total versperrtes Superleid. Bring ihm noch etwas Zeit. Und er wird einmal super reich. Das Leben ist kein Musical, das Leben ist kein Musical, das Leben ist kein Musical. Das wäre was ganz schön, das Szene sich dreht. Und nur die Statistin im Mittelpunkt steht. Wo waren wir? Bist du eigentlich schon mal mit so einem gefahren? Wahrscheinlich nicht. Aber ich sag dir eins. Der ist sehr geräumig. Ich kann dich ja mal mit auf eine Spritztür zu unserem Haus auf Sylt nehmen. Wir haben noch mehrere Immobilien im Ausland. Möchtet ihr auch noch was essen? Den Cesar Sennett. Und was willst du? Ich will Bühnenlicht, das auf mich scheint. Ein Publikum, das lacht und weint. Jemand, der mich wirklich sieht. Ein Vorhang, der sich für mich hebt. Das Wind durch meine Haare weht. Endlich singe ich mein Lied. Ich will Bühnenlicht, das auf mich scheint. Und ein Publikum, das lacht und weint. Jemand, der mich wirklich sieht. Ein Vorhang, der sich für mich hebt. Das Wind durch meine Haare weht. Endlich singe ich mein Lied. Ich will Bühnenlicht, das auf mich scheint. Das Wind durch meine Haare weht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020